Wie ist die Technokraten-Regierung der Technokraten-Regierung? Rumänien hat seit Ende letzten Jahres eine Technokraten-Regierung, die sich hohe Ziele gesetzt hat. Was ist Ihr Eindruck und wie machen sich die Fachleute? Die technokratische Regierung ist durch Klaus Johannes eingesetzt worden und sie ist eigentlich das Beste, was Rumänien gerade passieren kann, weil die politischen Parteien sozusagen eine kleine Ruhepause bekommen, sich neu sortieren können nach den diversen Korruptionsskandalen, die Regierung gehabt, die Regierung Ponta besonders. Die technokratische Regierung macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Man setzt sich an die Probleme, man versucht eine Verwaltungsstrukturreform zu machen, man spricht aktiv mit den Partnern in Europa über Schengen und es ist ein guter Anfang. Allerdings hat sie ungefähr nur ein Jahr Zeit, um die lange Liste an Problemen zu bewältigen und da wollen wir mal schauen, wieso die weitere Entwicklung in den nächsten Monaten ist. Und was sind da die konkreten Probleme oder Herausforderungen? Die konkreten Probleme ist zum einen die Korruptionsbekämpfung, aber natürlich auch das Wirtschaftswachstum zu begleiten, die Infrastruktur weiterhin auszubauen und natürlich Vertrauen in die Politik wieder neu zu schaffen. Das ist eines der größten Aufgaben, die diese Regierung vor sich hat. Knapp zwei Millionen Rumänen arbeiten in Westeuropa. Wieso zieht es so viele Menschen aus ihrer Heimat? Das ist ein ganz normaler Grund. Wir sind im europäischen Binnenmarkt und die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ein hohes Gut. Und natürlich, ein Mediziner zum Beispiel verdient in Rumänien 400 Euro. In der Schweiz, Österreich, in Deutschland ist es das Zehnfache. Und es ist völlig klar, dass man natürlich dahin geht, wo einem gute Arbeitsbedingungen geboten wird. Natürlich gibt es auch die Armutsintegration, das darf man nicht verschweigen. Aber auch da ist das Sozialsystem in Rumänien ein anderes, als es vielleicht hier ist, oder die Möglichkeiten sind andere. Deshalb ist es eine normale Entwicklung. Und wenn wir auf die Fachkräfte gehen, das deutsche Wirtschaftswachstum, das zeigen viele Studien, wäre ohne die Fachkräfte aus Rumänien zum Beispiel, nicht in dieser Form möglich. Gerade bei Ingenieuren, Ärzten, Krankenschwestern. Wir profitieren also von der guten Ausbildung der Rumänen. Aber natürlich leidet Rumänien unter diesem Braindrain. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die auch die jetzige Regierung weiterführen muss. 2016 steht im Land ein super Wahljahr vor mit regionalen Parlamentswahlen. Wie verläuft der Wahlkampf und was sind die Themen? Und gibt es schon erste Prognosen? Prognosen gibt es noch nicht. Das ist viel zu früh für Rumänien. Es wird sich zeigen, wie alle Parteien den Verlust, den sie in der Bevölkerung erlitten haben, den Vertrauensverlust, wieder zurückgewinnen. Alle Parteien sind in Korruptionsskandale verwickelt. Das Wahlgesetz wurde jetzt geändert, damit eben Korruption nicht mehr möglich ist. Es gibt nur noch gewisse Größen für Wahlplakate, DIN A3, damit eben nicht mehr die ganzen Städte vollgepflastert werden mit Plakaten. Sondern man versucht jetzt tatsächlich die Politik wieder ins Gespräch mit den Bürgern zurückzubringen durch dieses Wahlgesetz. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und auch da, es geht um Vertrauen zurückgewinnen. Es geht um Infrastruktur. Es geht um das Bildungssystem, um die nationale Sicherheit. Und da wollen wir mal schauen, welche Partei da gewinnt am Ende des Tages. Es wird ein heißer Wahlkampf, aber unter völlig neuen Bedingungen. Die Flüchtlingsroute führt derzeit über den Westbalkan. Doch nun schotten sich nach Österreich auch immer mehr Balkanstaaten ab. Wird Rumänien jetzt zum Transitland? Und wenn ja, ist es auf die vielen Menschen vorbereitet? Also Rumänien wird bestimmt nicht zum Transitland. Wir hatten Fälle, dass sich Flüchtlinge aus Versehen verirrt haben nach Rumänien und darum gebeten haben, sofort zurückgebracht zu werden nach Serbien oder sogar nach Ungarn. Das ist momentan kein Thema für Rumänien. Natürlich schaut man sehr, sehr kritisch darauf, wie sich die deutsche Bundesregierung bei dem Thema Flüchtlinge verhält. Rumänien hat aktuell 63 Flüchtlinge und ist bereit, in den nächsten fünf Jahren bis zu 6.500 Flüchtlinge aufzunehmen. Sie sehen also, es ist keine wirkliche Diskussion da. Man sieht es aber sehr, sehr kritisch, weil man es als Destabilisieren für Europa empfindet. Und man möchte natürlich auch, und das hat der Präsident Johannes gestern gerade gesagt, man möchte mit an den Tisch genommen werden als osteuropäische Länder, auch als NATO-Mitgliedsland. Und das ist wichtig, auch für das Selbstwertgefühl Rumäniens und es ist, glaube ich, auch für andere europäische Länder, gerade in Osteuropa wichtig, gehört zu werden und auch die Ängste, da gehört zu werden. In der Republik Moldau gab es jetzt Massenproteste gegen die Vereidigung der neuen Regierung. Was treibt dort so viele Menschen auf die Straße? Dort treibt, ähnlich wie in Rumänien, die Menschen auf die Straße, dass einfach Politik keine Politik mehr war oder ist. Die moldauische Politik wird von Oligarchen bestimmt, namentlich Herr Platonjuk, der einer der größten Oligarchen ist und einer der einflussreichsten. Sie haben die Verhaftung eines anderen Politikers und Oligarchen gesehen, Herrn Vlad Filat, der Vorsitzende der demokratisch-liberalen Partei. Die Menschen haben es einfach satt, von diesen, wie sie selbst sagen, Dieben regiert zu werden. Sie wollen wirkliche Politik für die Menschen. Die Proteste jetzt in der Moldau sind allerdings gesteuerte Proteste, von Moskau bezahlt. Diese Hinweise haben wir. Sie waren gewalttätig. Politiker sind verprügelt worden. Das ist eine Art der Auseinandersetzung, die es nicht geben darf, weil sie auch gesteuert ist. Und wir müssen aufpassen, dass die Moldau am Rande der Europäischen Union nicht auseinanderbricht. Denn der Profiteur wäre nur einer und der sitzt eben weiter im Osten. Und wir müssten als Europäer zusammenstehen und diesem kleinen, aber wichtigen Land helfen und natürlich zurückzufinden zu einer richtigen Regierung, zu einer stabilen Regierung ohne Korruption und mit wirklich europäischen Werten und nicht nur mit einer Fassade, die da in den letzten Jahren aufgebaut worden ist. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank.